Musik Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem wundervollen neuem Steam Spiel, das ich gefunden habe. Hi, na? Wie geht's euch? Geht's euch gut? Freut mich. Ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Es sieht relativ interessant aus, hat wunderschöne Musik, was ich gerade feststellen muss. Und ja, ich habe es mir runtergeladen. Ich habe mir nur ein paar Bilder angeschaut. Das, der Artstyle ist relativ cool, würde ich sagen. Und ich habe keine Ahnung, wir müssen einem Spiel entkommen. Warum Intro? Ich weiß es nicht. Aber ich habe hier so eine coole Maus, hier ist ein Quadrat und ich würde sagen, Login. Okay. Login-Code, äh, äh, oop. KE42V, was? Oop. Was passiert gerade? Okay. Ähm, hier habe ich ein Foto gesehen. Ähm. Ähm, you're here to help me escape, right? Ich weiß es doch nicht. Also mit der Musik. Ja, ich weiß es nicht. Hallo. Oh Gott. Oh. Okay, das gefällt mir. Oh my God, ja, was? Are you kidding me, Maggie? Ja, das ist doch gut. Er fangt super. Das ist ein mysteriöses Spiel. Okay. Ich mache was anderes an. Jetzt? Okay. Uh. Äh. Ja, das ist mysteriös. Ja, ja. Okay, er ist Kevin. Ich kann mich mit A und D bewegen. Anakin, jump up, okay. Mit, 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 oh Gott. Oh, Scheiße. Was passiert hier? Baue ich die Maus. Oh Gott, ich brauche die Maus, oder? Oh Gott. Ist das meine... Ist das meine Kamera? Oh, was ich mache. Oh, wie war ich nicht so springen, Alter. Oh, ich kann es sein. Oh. Oh, das ist cool. Aber der guckt immer den. Ja, super. Guck ich dir an. Er hat Spaß mit dem Leben. Okay, er hält, er erzählt hat die Fresse. Das gefällt mir. Das ist immer super. Okay, grödes Portal. Ja. Uh. Okay, mit T kann ich den Dialog skippen. Ah. Grabbinghook to move around. Uh. Okay. Und dann. Ja. Ja. Nein. Nein. Kann ich jetzt eigentlich nicht benutzen? Ich habe keine... Hä? Ich habe keinen Mauspad. Hallo. Kannst du so... Hä? Hä? Gar nicht. Hä? Was ist denn los? Hallo. Ich habe keinen Bock auf so viel Text. Kann ich jetzt? Hä? Ich kann nicht. Hä? Hä? Wie denn? Hä? Ich verstehe mich. Hä? Wie mache ich das? Hallo? Oh, du Arschloch, Alter. Die blöde Sau hat mir gesagt, ich soll links... Nee, ich muss... Pack nicht dumm. Ich muss rechts weg, mache ich, Trottel. Ach, scheiße. Wow. Wow. Hallo? Oh Gott. Ja, mit der da... Ah, die Steuerung, ne? Ah, ah. Geil. Ja, mm-hmm. Was gefällt mir aber? Wow. Nein, 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 hoch, 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 und... Jetzt reicht. Ah, geil. Awesome. Ja, danke. Ich weiß, dass ich gut bin. Okay, so ist total. Oh, mir gefällt die Musik. Oh, die ist gut. Oh Gott, was passiert? Okay, da kann ich nicht lang. Invisible Wall, cool. Dead End. Kann ich mich teleportieren? Okay, das Universum ist so groß, man wird niemals eine Ecke erreichen, ist wie eine Sandbox, okay. Was heißt das jetzt? Okay, ich muss jetzt nach unten, oder was? Ich werde sterben. Hab dich verarscht. Okay, ich habe keinen Fall, der Match. Ist das Gift? Was ist das? Ich will... Oh! Das macht mir Schaden, okay. Okay, es geht aber weiter, ne? Oh Gott. Oh Gott. Pick der Greenfinger an. Das da? Jetzt a Cube gun. Was? Du kannst mir linke Mauster... Alls ob! Oha! Ja, das Spiel ist richtig geil, Alter. Aber wenn man mich die Steuerung noch ein bisschen fickt, aber ist okay. Oh Gott. Wo muss ich denn hin? Oh Gott. Ich bin gestorben. Das Spiel wird einfach, oh shit, dein. Okay, das gefällt mir. Das will ich gut. Wo muss ich denn hin? Kann ich... Oh mein Gott. Ja! Oh! Nicht gut. Oh Gott. Okay, das ist echt ein cooles Spiel. Geh, noch rüber. Quatsch. Ich kriege es nicht geschissen mit dem Scheiß-Tasten, Alter. Ja, ja, ja. Verpiss dich da. Bum, 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 bum. Geh, jetzt nach oben. Ja, das gefällt mir nicht richtig gut gespielt. Ach ja, by the way, das ist gratis, ne? Also, ihr müsstet ihr für nichts zahlen. Das ist krank. Er ist doch irgendwas, oder nicht? Habe ich Munition? Er war lund, ist so eine Zahl. Was heißt das? Ich... Kann ich nicht springen auf W setzen? Warte mal. Okay. Okay. Ich kann mir wehspringen. Lügner. Richtig an Lügen, Alter. Oh, die Musik ist richtig gut. Okay. Okay, ich darf keine Lava trinken. Ich darf nicht mit der Lava reden. Hm, ich darf nicht in die Lava pissen. Okay. Nichts mit Lava. Okay. Wo ist hier Lava? Das sieht nicht wirklich nach Lava aus, aber... Boah, das ist richtig gutes Spiel. Mir gefällt mir, Alter. Was haben wir hier? Aber ist hier... Kann ich mich da jetzt hochgucken? Ist ja jetzt die Frage hier, ne? Ne, klein nicht. Okay. Ops. Ach, ich glaub da rechts ist doch was, oder? Ja, wusste ich's. Ja! Ich hab' nicht gelesen, was er gesagt hat. Scheiß. Zählt das irgendwie Punkte, oder sind das die Blöcke, die ich zerstört habe? Ich versteh' noch nicht ganz, was das ist. Wie ist das? Da unten die Zahlen mache ich jetzt. Er ist das zu zerstör. Ah, es kommt Punkte raus. Ah! Das macht sogar Sinn. Wir werden... Was, Robert, wir beginnen? Okay, ich kann hier mit der Cube umbringen. Das ist interessant. Hallo? Oh Gott. Ich bin da nicht da drüben. Ach, tschach. A Cube can upgrade? Okay. Ach, das ist Geld da unten. Lol. Okay. Ja, ich... Ich hör' zu. Oh, das riecht ich gut. Oh, das gefällt mir. What? Ja, betreib' halt. Wenn du auflädst, dann schieß' und sprichst, oder was? Ach so verarschen. Also, ich muss gedrückt halten. Dann springen. Dann springen wir dann... Ich muss rechts... Ich muss rechts... Er hat das jetzt... What the fuck? Jetzt verstehe ich gar nicht mehr. Ah... Ah... Gott, sich verwirrend. Hallo. Wow. Okay. Outstanding. Dankeschön. Oh, er kann die Gegner riechen. Schinken die? Wer ist übrigens diese Mackie die ganze Zeit hier? Okay. Angel... Was ist... Na Gott, was bist du? Hallo. Ich kann die Poli... Äh... Richtig. Richtig. War richtig gut. Ja, das wäre die Flaber. Wow. das riecht geiles spiel was gefällt mir ich bekomme jetzt ok die hook kann mich da bekomme ich den hoch stehen ja dann macht das doch bitte ja ich mache den so weit ist hoch ok die physics habe ich gerade noch nicht richtig aber ich bin ich schon voll alles okay was passiert wo man sich in hallo wenn ich ja richtig hallo ich habe ich habe ja ich habe keine ahnung bitte nicht sterben wir sind immer durch das erste level kommen kann ich jetzt war ich weiß nicht aber ok ich habe keine lebensanzeige da ist das grüne da unten ich gehe weiter nach oben hallo ich kletter mal ich kletter mal ne ich kletter mal ne ich kletter mal ne ich kletter mal den tatsch benutzen mal ne mal ne mal ne ich kletter mal ne oder aber ich kletter mal ne mal ne ich kletter mal ne was passiert ich vertraue der sache was ist da oben was ist da oben was ist da oben was ist da oben ich wollte da oben weil er tot war ja kann ich auch irgendwie speichern oder so aber ich glaube es ist so effektiv ehrlich gesagt das ist noch einer ja ich habe keine klappe ich meine idee mit dir anlegen muss ich ehrlich gesagt sagen ich möchte einfach weg wenn es okay ist ja da kommen wir nicht rüber ja wo benutzt ein glitsch der ich gefunden habe ok ich habe mich weiter gelesen ok kannst du mal gehen ok nichts auffälliges machen ok ich wusste es ja ja ok die labe hier ist jedenfalls nicht noch mal komme ich da rein springe ich tot ne ok habe ich aber ja wo ist das portal ja das finden wir jetzt heraus da kann ich auch da drüben ist was ja ich sehe es doch schon ich habe ich habe ich bin echt an point also merkt man nicht dass ich den größten teils meines lebens nur Mario gespielt habe also ich bin ich eigentlich dumm ok tode verletzten ihm nach immer er ist ich glaube er ist kevin kevin ok ich lebe ok portal was passiert hier diese ja ne diese sprache für dich nicht tut mir leid ja was passiert hier ja das frage ich mich schon die ganze zeit ok nein ich mache nichts mit dem spiel was passiert steck mir fest hallo ich kann das das spiel was das spiel schaltet sich aus nein ich mache gar nichts hör auf mir vorwürfe zu machen hallo Hilfe ich habe Angst Hilfe ich habe Angst oh bitte lass das nicht irgendwie so ein spiel sein ne das jetzt irgendwie was so auf meinem desktop macht du musst mir helfen ok escape das Spiel um weiterzugehen um weiterzugehen gut hallo hallo ja jetzt muss ich jetzt nochmal einloggen oder so ja und das spiel ist aus ok kann ich nochmal starten jetzt bin ich wieder hier ok ich glaube da steht intro weil das nur der anfang von einem spiel ist oder bin ich doof hä das ist voll schade irgendwie das ist doch volles geiles spiel und ich bin so ach Gott und ich bin so ein voll idiot und ähm ähm mario zweiten part ja gut da werde ich wahrscheinlich die zwei parts zusammen schneiden und dann kriegt ihr länger das video und ja dann gibt es doch noch einen part hä das ist voll schade ich habe mich vor auf die spiels gefreut weil es zu cool aussah und alles war und die musik geil und wow ok äh ich bedanke mich trotzdem fürs zusehen und ja seh ich dann wie immer im nächsten video ne lass gerne like da bis dann ciao ciao